Was machst du da? Ich versuche den Radiosender zu finden. Wie du versuchst den richtigen Sender zu finden? Ja, die Musik, es läuft große Musik. Weißt du eigentlich wie sich das anhört? Kacke. Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße. Aber ich hab's doch gleich, Moment. Hier, jetzt. Yeah. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Natürlich. Was denkst du denn? Bäm, Blümchen. Tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Nein, wieso machst du das denn? Weil die Leute wegen etwas ganz anderem hier sind, deswegen. Oh, das tut mir leid. Das, was jetzt folgt, tut mir in der Seele weh. Wir nehmen Abschied von einem großartigen Spiel, welches von einem noch großartigeren Nachfolger abgelöst wird. Wir nehmen Abschied von Battlefield Bad Company 2. Floppy, Benjamin Bob. Denkt immer daran, es war großartig. Boah, ich bin so schlecht. Scheiß auf den Heli, der ist viel zu offensichtlich. Boah, Hitmarker, ich dreh durch, ey. Wo bin ich? Ach, Gottes Sinn, das fängt jetzt schon mal gut an. Das wird mal wieder eine richtig beschwissene Gameplay. Ich schieße auch nochmal drauf. Bäm. Ha, 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 die erweckt mich. Yeah, Goldstern. Nee, Bronze. Nee, Goldstern. Oh, wir werden beschossen von links, links, links. Also nicht von links, 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 sondern von links, vorne, links. Ich bin durcheinander. Oben, links. Von links, links, links. Jetzt von links, links, links. Ganz links, ganz links. Ja, genau, vom Wasser, links. Es ist wie eine Symphonie. Oh, Mann. Wir sind die Supersuppies. Verliert nicht die Kontrolle. Verliert nicht die Kontrolle. Sehr respektlos einem toten Menschen gegenüber, der im Krieg für Frieden, Freiheit und meine Unterhaltung gestorben ist. Da rennt einer unterm Steg. Der ist tot. Mr. Deutscher, der Sniper. Fluppy, der Medic. Und Benjamin Bob, der Pionier. Eine wunderschöne Ära geht nun zu Ende. Wir haben gekämpft, überlebt und uns gegenseitig den Rücken gestärkt. Es war eine großartige Zeit. Oh, toll. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Habe ich überhaupt nicht. Das war nicht mit Absicht. Doch, schau dir an, was du getan hast. No, ist doch drauf geschissen. Lass Battle 4 3 spielen. Die Supersuppies. Gameplays. Community. Deine Mutter. Wir brauchen kein Intro.